Der Fall John Der Fall John Der Fall John Der Fall John Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ey. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann nehmen die Schall keinen Hinweise. Okay. Ich klicke hier, welche ganze Zeitung du interagieren kannst. Alles klar, das sind meine Notarbeckung. Anleitung. Erforschen. Ja gut, so wahrscheinlich wie jedes andere Let's Play. Äh, wie jedes andere Let's Play, genau. Das ist übrigens die Anleitung für alle Let's Plays. Äh, nein. Moment. Doch, da wollte ich, da konnte ich gerade was auswählen. Tchö. So. Nein, doch. Ich dachte, das wäre so ein Lautstärkenregler. Ja, dann werde ich mal allgemein dies ein bisschen runterschrauben und hoffen, dass das nur die Musik betrifft und nicht allen Sound. Ja. Ich werde gleich mal dieses Dings hier benutzen. Ähm. Das ist aber sehr sporadisch, diese Anzeige. Also, naja. Ähm. Schauen wir uns erst mal an, was wir überhaupt haben an Gegenständen. Dein Ausweis, der dich als freiwilligen Mitarbeiter der Kinder des Don Quixote identifiziert. Okay. Ein Handy. Sieht aus wie so ein schlechtes iPod. Schlechtes iPhone, meine ich. Eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe. Hm. Was sagen wir dann? Ähm. Jetzt habe ich immer noch nicht... Ganz... Ein Koffer klemmt zwischen den Trümmern, welche die Treppe versperren. Nehmen wir diesen Koffer. So sehr du auch am Griff ziehst. Du kannst den Koffer nicht unter den Trümmern hervorziehen. Wer hat es aber gar nicht richtig versucht. Ich weiß es doch. Vielleicht ist es ja bloß Einbildung. Aber du fühlst dich definitiv beobachtet. Du könntest die Mosaiksteine einen nach dem anderen von der Tafel nehmen. Aber du lässt es. Ja, wenn du das sagst, dann lasse ich das natürlich. Ich habe es auch gar nicht richtig vorgehabt. Okay, ich kann jetzt also... Moment, ich versuche nochmal dieses... Der sagt mir dann... Okay, alles klar. Funktioniert also doch diese Anzeige. Gut. Ähm. Wenn ich hier hingehe, komme ich... Der dunkle Tunnel, durch den du die Station betreten hast. Ja, wir wollen ja eigentlich noch nicht raus. Wir wollen ja nochmal hier gucken. Gehen wir mal da hin. Da hat es... Du weißt kurz zusammen und du glaubst endlich auf jemanden getroffen zu sein. Aber es ist nur eine Schaufensterpuppe. Wer auch immer hier lebt. Er hat einen seltsamen Sinn für Humor. Interessant. Abgeschlossen. Unmöglich zu öffnen. Trümmer blockieren die Tür von der anderen Seite. Vor allem, das kann er so sehen. Er hat da durch das Bullauge geguckt, wo man so viel durchgucken kann. Und da hat er das gesehen, dass man da nicht durch kann. Ja, was haben wir denn noch hier? Hier liegt eine Poladose. Also das nervt ein bisschen, dass er sich so dahin teleportiert. Das ist ein Scheiß. Dein Mund ist trocken. Du hast Durst. Wäre die Dose doch nur voll. Im Augenblick würdest du alles trinken. Sogar Bier, das du eigentlich verabscheust. Das stimmt nicht. Auch wenn die Dose leer ist, hebst du sie auf. Vielleicht kannst du sie später irgendwo füllen. Natürlich. Ich gehe in eine verlassenen U-Bahn-Station, wo fast nur Penner leben, hebt da eine Cola-Dose auf, um sie später zu füllen. Welcher kluge Mensch tut das nicht? Ein Elektrokabel von mehreren Metern Länge. Vielleicht ist aber noch Pant auf der Flose. Als du das Kabel aufhebst, erinnerst du dich an Ralph Martinson, einer deiner Kommilitonen, der vor ein paar Monaten erhängt im Toilettenraum aufgefunden wurde. Okay, ich bin also Student. Kann ich hier nichts machen? Nee, okay. Also, was habe ich jetzt? Kabel, Cola-Dose, alles klar. Was kann ich noch angucken? Sie scheint zu weinen. Du bist weit davon entfernt, diese arme Puppe umarmen und rösten zu wollen. Nee. Da hat er aber ausnahmsweise recht. Teleportier dich. Oh, da sind wir hier. Hier ist ein bisschen mehr Lust. Soll ich einmal gucken? Alles klar, nur diese Stelle. Ein seltsames Durcheinander von Trümmern und Spielzeugen. Wohnen etwa Kinder in dieser Station? Hier unten, den kenne ich aus The Next Big Thing. Da du etwas für Merkwürdigkeiten übrig hast, nimmst du die Actionfigur eines mittelmäßigen Videospiels an. Ganz klar, ist ja auch mega mittelmäßig hier. Eine batteriebetriebene Actionfigur. Cool. Wollte ich immer schon mal haben. Nichts von dem, was hier... Ja, okay. Ein... Ein elektrisches Keyboard. Vermut... Vermutlich war ein schlechter Qualität. Du nimmst das Keyboard mit, obwohl keine Batterien drin sind. Das lässt sich ändern. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn... Wie kann ich denn Sachen kombinieren? Ein Keyboard. Ich muss doch mal die Anleitung lesen. Erforschen. Klicke auf eine Stelle des Himmels, um dorthin zu gelangen oder auf der Bewegung. Interagieren. Klicke auf das Hand-, Zahnrad- oder Sprechblasen-Icon und Hotspots. Ich kann aber... Ja... Ja... Ein Wohnen... Ah, stopp. Kann ich jetzt nicht damit irgendwas machen? Nee. Okay. Wer dann? Wer denn da? Der Ring eines Basketballkorbes sieht etwas mitgenommen aus. Im Gegensatz zu deinem Freund Cooper hast du dich nie für Sport interessiert. Im Schlitz klemmt eine Münze. Du drückst den Knopf für die Münzrückgabe, aber die eingeklemmte Münze fällt nicht durch. Alles klar. Also pass auf. Das ist auch ohne Licht schon gut zu erkennen. Alles klar. Okay. Jetzt weiß ich, wie ich das kombinieren kann. Ähm, wie kriegen wir denn die Münze da raus? Dein Mitgliedsausweis der Kinder des Don Quixote ist nicht hart genug, um damit die klemmende Münze durch den Schlitz zu schieben. Okay. Das geht also nicht. Okay. Lassen wir hier um. Du erinnerst dich an die Worte von June, der Leiterin der Kinder des Don Quixote. Catway Station? Vergiss es. Mach dir nicht das Leben schwer. Du könntest die Mosaiksteine einen nach dem anderen von der Tafel nehmen. Ja, weil er aber schlasse ist. Wir wissen das doch. Wenn ich jetzt nicht da hoch... Doch, es geht. Wer hier lebt, hat großes Interesse daran, dass nie mit das Gittertor passiert. Auch wenn du nie allzu viel Wert auf dein Äußeres gelegt hast, ist es dir doch wichtig genug, um nicht über die Dornenranken zu klettern. Ja. Das Schloss wurde wohl von denen angebracht, die hier leben. Was wollen sie wohl beschützen? Das wüsste ich gerne. Abgeschlossen. Nicht? Ja, das... Da hat er recht. Das ist logisch. Aber sonst noch was? Ich habe euch jetzt was übersehen? Nur diese zwei Sachen. Alles klar. Wir machen jetzt erstmal hier... So sehr du auch... Machen wir das Seil mit dem... Du befestigst ein Ende des Kabels am Griff des Koffers. Legst es um die Säule und befestigst auch das andere Ende am Griff. Eigentlich wollte ich ihn jetzt so rausziehen. So sehr du auch am Griff ziehst. Du stützt einen Fuß an der Säule ab und ziehst mit aller Kraft am Kabel. Aber auch so kriegst du den Koffer nicht frei. Nicht? Mit dem Keyboard, natürlich. Okay. Mit dem Manneken, na klar. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Okay. Okay. Let me in.